Thoralf, du bist der Mann mit der angenehmen Stimme, der uns oft in die Natur und dort in literarisch-philosophische Sphären lockt. Und all das auf deinem YouTube-Kanal Literatur News. Wie bist du auf die Idee gekommen, einen YouTube-Kanal über Literatur zu starten? Man könnte ja sagen, dass meine Generation die Generation YouTube ist. Das heißt, in meiner Kindheit habe ich schon sehr, sehr viele YouTube-Videos geschaut in meiner Freizeit. Das heißt, ich wusste auch schon mit 12 oder 13 Jahren, es gibt da draußen auf YouTube User, die Bücher lesen und über diese Bücher sprechen in einem Video und das auf eine Plattform stellen. Und dann kam irgendwann der Wunsch, auch so einen Kanal zu gründen. Und ich habe das einfach mal ausprobiert. Also ich meine, es war ja ganz unverbindlich. Man setzt sich vor die Kamera, spricht über das Buch, setzt das ins Netz. Anfangs bekommt man natürlich auch noch keine Resonanz. Das kommt dann alles erst später. Aber so kam das. Also es gab nicht so diesen einen ausschlaggebenden Punkt, wo ich sagte, ich mache jetzt YouTube. So hat sich das ehrlich gesagt auch gar nicht angefühlt. Ich war immer schon auf YouTube angemeldet, habe viel kommentiert, war gewissermaßen in dieser Booktube-Community immer schon drin. Die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen wird immer kürzer. Deine Generation oder die danach, die tummeln sich auf Plattformen wie TikTok mit 30 Sekunden Inhalten. Du liest 30 Minuten Hans Völler da. Wieso? Weil ich glaube, dass es da immer noch Menschen draußen gibt, die das nicht mitmachen wollen. Also die diese sehr begrenzte Aufmerksamkeitsspanne negieren wollen. Und die sich bewusst dagegen wenden, gegen diesen Zeitgeist, der immer schneller, immer besser, immer optimierter und ja immer auch kürzer werden möchte. Und ich glaube, dass ich deshalb mit meinem Kanal auch so eine kleine Oase schaffen möchte für all jene Leute, die da nicht mitmachen wollen. Und die sich eben auch Zeit nehmen, 30 Minuten lang sich Hans Völler da anzuhören. Und Literatur entfaltet natürlich auch erst dann Wirkung, wenn man sich Zeit für sie nimmt. Innerhalb von drei Jahren hast du über oder ich glaube ganz knapp 6.500 Abonnenten gesammelt und hast damit mehr als die meisten Verlage. Offensichtlich triffst du mit dem, was du tust, einen Nerv. Was glaubst du ist der Grund für diesen Erfolg deines Kanals? Ich habe ja anfangs, bin ich bei 60, 70 Abonnenten gewesen. Also anfangs habe ich das ja wirklich nicht für ein Publikum getan, sondern nur für mich. Deshalb rate ich auch jedem, der mit YouTube anfängt, dass man diese Videos für niemanden da draußen im Grunde produziert. Also es gibt natürlich immer so ein paar Zuschauer, die sich das dann ansehen. Aber in erster Linie kann man nicht damit rechnen, dass man große Resonanz erfährt wird, diese Videos. Irgendwann ändert sich das dann, wenn man eben 1.000, 2.000, diese ganzen Meilensteine, diese Marken knackt. Aber es ist natürlich auch viel Durchhaltevermögen. Also ich mache das, wie du gesagt hast, drei Jahre lang. Drei Jahre, 6.000 Abonnenten ist gut. Man kann natürlich sagen, es ist eine Erfolgsgeschichte dafür, dass die Bücherszene auf YouTube eigentlich eine Nische ist. Und die klassische Literatur, die ich unter anderem bespreche, ja nicht nur die Klassiker, nicht nur Weltliteratur, aber jetzt vor allem, ist nochmal eine Nische innerhalb einer Nische, würde ich sagen. Also vielleicht ist die Nische, die ich besetze, der Nerv, den du angesprochen hast, den ich da treffe. Also die Nische, dass ich mitunter auch vergessene Literatur bespreche, die die im Schutt der Geschichte begraben liegt, dass ich nicht den Bestsellerlisten irgendwie nachhechle. Und das macht ja sowieso jeder, also die Bestsellerlisten rauf und runter lesen. Vielleicht ist das das Erfolgskonzept, wenn man so möchte, dass ich mir und meiner Linie treu geblieben bin. Und dass man hoffentlich auch den Videos ansieht, dass ich dafür brenne und dass mir das Spaß macht, dass ich mich dafür begeistere. Anfang des Jahres 2023 hast du ein Video veröffentlicht, wo du dein Lesevorhaben gezeigt und skizziert hast. 70, 75 Prozent dessen, was du vorhast zu lesen, sind ursprünglich fremdsprachige Texte gewesen. Heute geht es ja auch um das Thema Übersetzung. Ist das in irgendeiner Form für dich relevant, wer einen Text übersetzt hat, ein Buch übersetzt hat? Guckst du danach, wenn du dir ein Buch aussuchst, auch von wem kommt das Deutsch? Ja, natürlich ist es relevant zu wissen, also erst einmal den Schritt zu machen, zu wissen, das ist das Werk, das man liest. Die einzelnen Zeilen, die man da vorsichert, sind im Grunde nicht das Werk des Autors, sondern das Werk des Übersetzers. In direkter Instanz, natürlich über Umwege dann auch das Werk des Autors. Also das ist der erste Schritt, sich das bewusst zu machen, das ist klar. Der zweite Schritt natürlich, gucke ich nach Übersetzern, habe ich Übersetzer, die ich gerne lese. Und ich weiß nicht, also jetzt gerade im englischsprachigen Raum, da wahrscheinlich eher in der russischen Literatur, in der norwegischen Literatur, also das sind diese großen Sprachräume, wo es natürlich auch viele verschiedene Übersetzer gibt, wo man verschiedene Übersetzungen konsultieren kann und auch abgleichen kann. Wenn das jetzt kleinere Sprachräume sind, dann gibt es ja häufig auch nur so ein, zwei wirklich einschlägige Übersetzer für diesen Sprachraum. Aber natürlich, das ist relevant für mich als Leser und sollte auch relevant sein für jeden Leser. Beim Übersetzen spricht man von Wirkungsequivalenz. Also der Text soll im Deutschen auf den Leser, die Leserin genauso wirken, wie der Text im Original gewirkt hat. Traust du beim Lesen den Übersetzerinnen und Übersetzern, dass sie diese Wirkungsequivalenz hergestellt haben? Mir bleibt ja nichts anderes übrig, als es so hinzunehmen. Also ich spreche keine andere Sprache und kann auch keine andere Sprache aus dem Deutschen so gut lesen, dass ich einen Originaltext beispielsweise im Englischen oder im Spanischen Original lesen könnte. Deshalb bin ich auf die Übersetzer angewiesen, voll und ganz. Wenn ich einen Text lese und dieser Text mir nicht gefällt, dann bin ich nie so vermessen zu sagen, das liegt bestimmt am Übersetzer. Sondern da würde ich immer erstmal davon ausgehen, das ist der Originaltext. Da habe ich genug Zutrauen und Vertrauen auch in die Übersetzung. Aber es stimmt natürlich, ich glaube, von Günter Grass stammt das Zitat, der sagte mal, bei der Übersetzung wird alles so transformiert, dass sich nichts verändert. Das ist natürlich auch eigentlich illusorisch. Wo sortierst du denn Übersetzerinnen und Übersetzer ein in ihrer Rolle? Zwischen eigener Autorschaft, eigenes Werk oder, ich sage mal, hinzubuchbarer Dienstleister? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich glaube, dass weniger Kunst, weniger Kreativität am Werk ist, als bei einem Schriftsteller, der eine leere Seite vor sich hat, die er irgendwie zu füllen hat. Denn der Übersetzer, die Übersetzerin hat ja gleichwohl einen Text, einen Ausgangstext, mit dem er oder sie arbeiten muss, an den er auch gebunden ist. Insofern ist es vielleicht tatsächlich eher so ein, steht die Übersetzung in der Mitte, ich kann das ja nicht irgendwie aus eigener Erfahrung sagen, weil ich kein Übersetzer bin, aber so stelle ich mir das vor, zwischen Kunst und Handwerk. Also ein Handwerker, ein Tischler, wenn er einen Tisch zu bauen hat, der weiß ganz genau, was er zu tun hat. Der hat seinen Bauplan im Kopf, der weiß, der Tisch darf hinterher nicht wackeln, der muss glatt poliert sein, der darf nicht irgendwie Splitter an den Seiten haben. Also der muss irgendwie solide gebaut sein. Und das kann man ja für die Übersetzung so eigentlich nicht behaupten, dass das irgendwie ein analytischer Mechanismus ist, ein technisches Handwerk. Man kann das sicherlich erlernen oder ein Stück weit erlernen, man kann das auch studieren. Aber ich glaube, dass eben doch jeder Übersetzer doch, gerade wenn es um Lyrik geht oder um Texte, die entschlüsselt werden müssen, also anspruchsvollere Texte, dass da sehr viel Kunst mit hineinscheint und auch viel eigene Lebenswirklichkeit und Erfahrungswelt. Also dass jede Übersetzung individuell bedingt wird und daher, wie du sagst, per se eine Interpretation ist. Und das ist wahrscheinlich der große Unterschied zu einem Handwerker, der einfach sein Handwerk vollführt und eine Dienstleistung vollbringt. Es geht gerade in der Kreativbranche ein Gespenst um mit dem Namen KI, Künstliche Intelligenz. Das betrifft nicht nur das Übersetzen, aber auch das Übersetzen. Also neuronale Netzwerke, selbstständiges Maschinenlernen, die Übersetzungstools werden immer besser. Übersetzer und Übersetzerinnen fragen sich schon, wie lange gibt es uns noch? Beziehungsweise an welcher Stelle wird die Branche sich als erstes verändern? Also wo werden Verlage als erstes anfangen zu sagen, hier werden wir von einer reinen menschlichen Übersetzung dazu übergehen, eine Maschinenübersetzung zu wählen und dann im Post-Editing einen Mensch dran zu setzen, der sie dann überarbeitet. Wie siehst du das? Was würde es bei dir auslösen, wenn du zu einem Buch greifst und dann steht da drauf Jack London Deutsch von Chad GPT? Ich würde es wahrscheinlich nicht lesen. Also ich glaube auch nicht, dass das ein allzu großes Problem werden wird. Wir werden es sehen in den nächsten Jahren, aber das wäre ja dann ein Problem, wenn es tatsächlich die einzig richtige Übersetzung gibt, wenn Übersetzung Mathematik wäre. Aber ich glaube eben, dass in jedem Text ein Mensch drinsteckt, dass jemand sein Menschsein da hineingegossen hat, gleichsam in diese Zeilen. Und dass man daher diesen Zeilen das abhorchen muss. Also das kann nur ein Mensch, zu wissen, was hat ein Autor intendiert, wenn er diese Worte wählt. Und die Maschine, die kann ja nur abklopfen, die kann ein Wort herausheben und dann irgendwie auf einen Datensatz zurückgreifen, abgleichen. Wie könnte das Wort gemeint sein und welches in Angesicht des Kontextes wäre jetzt vielleicht das passendste in der Zielsprache. Aber ich glaube, so laufen Übersetzungen nicht. Eben wenn Übersetzungen Handwerk wären, dann könnte das die Maschine übernehmen. Aber genauso wenig, wie ich glaube, dass Schriftsteller ersetzt werden würden, werden Übersetzer in naher Zukunft ersetzt werden können. Du stehst am Anfang deiner beruflichen Laufbahn, wo auch immer sie hingehen wird. Ja, die Frage ist, wo geht sie denn hin? In Sachen YouTube und auch in Sachen Beruf allgemein oder in einer Kombination daraus? Im besten Fall aus einer Kombination aus beidem. Ich will den YouTube-Kanal auf jeden Fall weiterführen. Das macht mir Spaß. Es behindert mich in meinem Studium auch nicht besonders. Im Gegenteil, die beiden Dinge befruchten sich eher gegenseitig. Also das Studium, dass ich durch das Studium gewisse Anreize bekomme, mal in Literatur hineinzuschnuppern, die ich sonst nicht hineingeschnuppert hätte. Deshalb will ich den YouTube-Kanal weitermachen, das Studium beenden erst einmal, den Bachelor, dann den Master wahrscheinlich noch draufsetzen. Entweder auch in AVL oder in angewandter Literaturwissenschaft. Ich will jetzt beispielsweise auf der kommenden Frankfurter Buchmesse wieder Autoren interviewen. Ich möchte mit Formaten variieren. Ich möchte kooperieren mit anderen Booktube-Kollegen. Und wo es dann letztendlich hingehen wird, vielleicht werde ich ins Verlagswesen einsteigen. Das wäre eine Möglichkeit. Vielleicht werde ich für eine Zeitung als Literaturkritiker arbeiten. Das sind natürlich alles so praktische Optionen und Zukunftsaussichten. Und im besten Fall wird der Kanal immer weiter wachsen und wachsen. Aber eins steht fest, du wirst weiter lesen und du wirst weiter darüber sprechen. Und wir sind gespannt auf das, was da demnächst kommt. Definitiv.